Udhara Karshanasana ist die Bauchmassage, die Bauchdrehung. Es gibt es im Sitzen und es gibt es auch im Liegen. Udhara Karshanasana ist auch eine der Übungen, die man für Shankprakshalana macht, als letzte der Übungen, um letztlich zum Schluss das Wasser ganz nach unten zu bringen. Du kannst aber auch Udhara Karshanasana zwischendurch üben. Es hilft dir, die Bauchorgane gesund zu halten. In der dynamischen Variation sieht es wie folgt aus. Du kommst auf die Zehenspitzen, du gibst die Hände auf die Füße und dann gehst auf die Knie und dann drehst du dich nach rechts und gibst das linke Knie auf den Boden und drückst das rechte Knie zur Brust hin. Dann kommst du wieder zurück und dann gibst du das rechte Knie auf den Boden und drückst das linke Knie zum Brustkorb. Einatmen kommst du hoch und ausatmen zur anderen Seite. Einatmen hoch und ausatmen zur anderen Seite. So übst du immer wieder einen Druck auf die Bauchorgane aus. Das ist auch eine gute Übung gegen Verstopfung sowie auch für die tiefen Bauchorgane. Du kannst diese Übung auch statisch halten, indem du ein Knie auf den Boden setzt und dann bewusst das andere Knie zum Brustkorb hinziehst und tief durchatmest. Dabei kannst du auch gleichzeitig den Oberkörper etwas weiter zur Seite drehen. Auf diese Weise wird die Bauchmassage intensiviert. Daniel macht es gerade nochmal auf der anderen Seite. Dort siehst du nochmal diese schöne Massage und du siehst, wie du das Knie nach rechts ziehst, den Oberkörper nach links und so wird der Bauch gut gedrückt. Udhara-Karshanasana ist aber auch manchmal einfach eine andere Bezeichnung für den Drehsitz. Also der normale Drehsitz ist auch eine Bauchmassage und wird deshalb auch Udhara-Karshanasana bezeichnet. Udhara heißt ja Bauch, Karshanasana heißt drücken und damit auch massieren. Udhara-Karshanasana sind also jetzt hier Sitzvariationen, was Daniel bisher gezeigt hat, ist Upavishta-Udhara-Karshanasana. Es gibt auch Subta-Udhara-Karshanasana und dazu legst du dich auf den Rücken. Subta heißt ja liegend und wenn du auf dem Rücken liegst, kannst du zum Beispiel das rechte Knie beugen und das rechte Knie nach links bringen und dabei die linke Hand auf das Knie und den Kopf nach rechts. Und so wird Udhara, eben der Bauch, Karshanasana gut gedreht, massiert und auf diese Weise stimuliert. Subta-Udhara-Karshanasana wird bei Yoga Vidya einfach als drehendes Krokodil bezeichnet.